Also, oh man, Animagos, du blödes Kackteil. Ja, es backt wieder, Leute. Ich, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Nein, Leute, wir werden heute nicht am Astronomie-Turm weiterarbeiten, aber an einer anderen, sehr, sehr coolen Aufgabe. Aber herzlich willkommen erstmal hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem, äh, Eselkopf-Dagielp, der es irgendwie immer noch nicht lernt, dass man zuerst seine Gäste vorstellt. Hallöchen, liebe Kniese Griffin, grüß dich, schön, dass du dabei bist, hallöchen. Ähm, genau, von der letzten Folge, beide eigentlich, weil, äh, genau, sie haben ja an der Treppe gearbeitet und deswegen dachte ich mir, es bietet sich an, wenn auch nochmal Malumilli mit dabei ist. Hallo Malumilli, grüß dich, schön, dass du auch mit dabei bist. Und, ja, zu dritt werden wir uns jetzt wieder um den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum kümmern, der in direkter Umgebung hier liegt, denn wenn man mal hier so zur Seite geht, kann man hier direkt den großen, naja, äh, in Anbetracht des Turms, wo wir gerade draufstehen, vielleicht nicht ganz so großen, ähm, ja, Ravenclaw-Tower halt hier. Und dahinter befindet sich der Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Da haben wir jetzt in dieser Woche wieder sehr viel dran weitergearbeitet. Und das werden wir auch heute tun, weil die Aufgabenpalette ist wirklich MEGA UMFANGREICH! Ich lebe noch! Hi Leute, ich bin noch am Leben, alles gut, alles, alles Dutti, alles, alles fein. Okay, gut, damit sind wir jetzt alle wieder wach, oder ich zumindest, und, äh, ja, äh, genau. So, hier landen, Bau-TP und die Leute mal eben herholen. So, wunderbar. Bin ich unsichtbar, Leute? Nein, bin ich nicht, sehr schön. Hallöchen, ich habe überlebt. Das war eine ganz schön knappe Geschichte. Genau, äh, das Bauteam, also Kniesel und Malu, haben ja letzte Folge hier das Ganze weiter bearbeitet, also die Treppe ein bisschen versetzt und hier die Wand, äh, geändert. Der Plan geht jetzt in die Richtung, dass das oben hier durch Holz ersetzt wird. Müssen sie dann gleich wahrscheinlich nochmal holen. Und, ja, sie kümmern sich quasi heute nur um diese Treppe, dass sie möglichst schön am Ende aussieht. Aber, naja, ohne Einzelschleim, aber ich finde, die sieht jetzt schon ganz angenehm aus. Aber, ja, mal gucken, wie weit wir heute in der Folge kommen. Denn eine andere Aufgabe ist natürlich hier die Decke. Und, ganz ehrlich, ich werde keine Zeit vergeuden. Wir fangen jetzt direkt damit an, weil ich nur noch eine einzige Eckseite fertig machen muss. Und dann können wir uns auf jeden Fall auf die Schulter klopfen, weil wir es dann wirklich in dieser Woche zumindest geschafft haben, die Decke fertig zu bauen. Und, ja, ich bin unendlich gespannt, wie das am Ende aussieht. Und bevor wir jetzt gleich dazu übergehen müssen, das Kreuz da auszufüllen, also die Erde zu ersetzen, sollten wir uns gleich jetzt schon mal überlegen, aus welchem Stein wir das machen wollen. Weil ich habe ja schon, upsala, ich habe ja gesagt, dass ich das aus irgendeinem blauen Stein machen möchte. Einfach, weil wir dadurch diesen Ravenclaw-Flair-Aspekt, wie auch immer man das nennen möchte, äh, besser greifbar machen oder ersichtlicher machen. Und, ja, da können wir natürlich auf, äh, Wolle. Wobei Wolle fände ich nicht so schön. Also klar, man muss ja hier nicht irgendwie, also Wolle als Decke ist generell ja irgendwie seltsam. Aber darum geht es mir im Speziellen gar nicht, sondern ich finde einfach die Textur nicht so schön. Ähm, wir könnten aber auch blauen Ton nehmen. Wir könnten blaue Glasscheiben nehmen. Wir könnten Lapis Lazuli nehmen, also die Blöcke da vorbei. Ja, gut, ich finde die jetzt nicht so schön in der Chromahills-Variante. Die sehen irgendwie komisch aus. Aber wir gucken einfach gleich mal bei Warp Cobble. Da können wir uns ja nochmal einige Steine anschauen. Und an dieser Stelle, Leute, bleibt gerne, gerne bis dahin dran oder gerne auch bis zum Ende. Weil eure Meinung wird am Ende wieder sehr, sehr maßgeblich wichtig sein für diese Frage. Weil ich ja immer nur nach meinem Bauchgefühl entscheide. Und das will ich eigentlich nicht, also zumindest nicht endgültig, weil das hier ein Community-Projekt ist. Aber ich kann natürlich jetzt gerade nur nach meiner Meinung agieren, weil ich eure eben noch nicht habe. Aber umso wichtiger und umso cooler, wenn ihr eben dranbleibt und mir am Ende dann mal eure Meinung genau mitteilt. Dann weiß ich da Bescheid und dann können wir das, so gut es eben geht, umsetzen. So. Und ja, das mit den Marmorblöcken freut mich gerade auch sehr, weil die reichen tatsächlich für das hier. Das ist sehr, sehr nice, ohne dass wir dazu nochmal extra farmen müssen. Supidupi, aua, aua. Wenn ich das denn hinkriege, den dann noch eben so zu platzieren. Wunderbar. Ja, Leute. Gucken wir nochmal eben, ob das überall gleich jetzt umgesetzt wurde. Weil es gab, glaube... Ja, genau, hier. Haha. Hier müssen wir nämlich noch den Stein setzen, oder? Warte. Ja, oder? Ne, hä? Ja, genau. Also der hier muss nochmal eben weg. Das meinte ich nämlich. Das ist echt teilweise echt tricky, dass man hier nicht durcheinander kommt. Und ja, deswegen. Ich mache 10 Kreuz, wenn wir das geschafft haben. So, dann muss der hier nochmal ersetzt werden. Genau. So. Und dann nochmal hier die Erde. Das ist sehr gut, dass das nur Erde ist. So. Und dann noch ein letztes Mal hier, glaube ich. Und dann müssten wir das eigentlich geschafft haben. Gucken wir jetzt nochmal. Ja. Sieht gut aus. So, Leute. Jetzt gucken wir nochmal eben von unten. So sieht es aktuell aus. Und ich finde es persönlich schon sehr, sehr schön. Aber, ja. Ist nur meine Meinung. Jetzt gehen wir dazu über, zu entscheiden, wie das Ganze jetzt natürlich auch in diesem Kreuzmuster da weitergebaut wird. Und dafür, ja, wobei, wartet mal, die Dinger, da könnte man eigentlich auch aus Stein bauen. Das würde Sinn ergeben. Ja, wisst ihr was? Das machen wir auch nochmal eben, dass wir die hier auch nochmal eben ersetzen und da Stein rein platzieren. Genau, das passt zum Muster. Und dieses Kreuz hier werden wir dann, wie gesagt, aus einem anderen Stein bauen. Genau. Ja, Leute. Ich habe heute nicht direkt ein spezielles Thema am Start, weil es mir heute eher darum geht, den Wochenfortschritt vom Ravenclaw-Gemeinschaftsraum mit euch zu teilen. Es gibt ja jetzt keine Snapshot-Folgen mehr zu Let's Build Hogwarts und umso wichtiger finde ich, dass man in der Sonntagsfolge nochmal speziell auf den Fortschritt einer Woche eingeht und den zeigt. Und deswegen möchte ich die heutige Folge nicht mit einem Thema blockieren, in Anführungszeichen, sondern, ja, euch zeigen und aufzählen, was wir alles gemacht haben und genau, was gut war, was vielleicht weniger gut war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Woche kann sich sehen lassen. Wir haben den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum schon echt cool weitergearbeitet hier. Ähm, auch die Decke sieht einfach total cool aus. Und, ja, jetzt geht es natürlich erstmal um die Frage, welchen Stein nehmen wir jetzt? Und bevor, ja, wir uns diese Frage stellen, müssen wir nochmal eben kurz zu Warpcobble. Da haben wir ja zum Glück eine große Anzahl und da sollten wir auf jeden Fall fündig werden. Genau. Also, oh man, Animagos, du blödes Kackteil. Ja, es backt wieder, Leute. Ich, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Ja, so viel dazu. Alles klar. Mann, oh, dieser blöde Animagos. Ich kann nichts dafür. Jetzt lachen mich wieder alle aus. Ja, ich hab schon gedacht, warum kommt da kein, kein XD im Chat. Mann, oh. Äh, ja, wie komm ich jetzt wieder zurück? Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, weil ein paar Sachen sind, glaube ich, runtergefallen. Ja, dann drückt mir mal eben die Daumen, Leute, dass mein Älterstab nicht mit runtergefallen ist, weil dann kann ich zumindest den Animagos nutzen. Oh, da ist jemand abgestürzt. Ja, allerdings nur Varnion. Ich hab mir ziemlich doll den Schädel geditscht, genau, geditscht. Ja, ich, ich hab heute wieder Wortfindungsstörungen, Leute. Hallo, Bemo, was ist mit dir falsch? Äh, ja, die DA ist völlig normal und, ja, genau. Hallo, Leute. Ja, hört auf mich auszulachen, ich weiß, dass ich gestorben bin. Das müsst ihr mir nicht nochmal unter die Nase reiben. Ja, bitte Sachen, seid noch da, beziehungsweise Älterstab, seid noch da. Sonst hab ich gleich ein kleines, aber feines, dezentes Problem. Zumindest bin ich nicht direkt hier in der Schlucht aufgeklatscht. Und warum ist die FPS-Anzahl eigentlich so mega kacke? Wartet mal eben, Grafik ein... Ah, dies ist der Grund. Because wir haben zu hoher Sicht... Ey, da plunzen meine Sachen runter. Komm zu Papa. So. Nein, mein Eldi ist weg. Warte mal, ich krieg das hin. Alles für Eldi, Leute. Ein Abenteuer mit Dagi-LP. Äh. Ich glaub, ich geh lieber da hinten runter. Und das möglichst schnell. Weil, wie gesagt, fünf Minuten, dann despawn die Sachen. Äh, so. Einmal hier runter. So. Und hoffentlich irgendwie jetzt hier runterkommen, ohne dass ich an dem Fallschaden sterbe. So, genau, 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 genau. Sachen, wo... Da sind sie doch. Sehr schön. Da müsst ihr jetzt auch mein Älterstab dabei sein. Ja, ich glaub, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Und die FPS-Anzahl ist ja immer noch schlecht. Warum ist die so schlecht? So. Ähm, da noch ne Axt. Sehr schön. Und hier wieder fehlgeschlagene Animagusse. Heißt es... Ne, Animagie, ne? Ja, genau. Gut gemacht, Daniel. So, äh, Eldi. Ja, ich hab ihn wieder. Oh mein Gott. Das wär jetzt blöd gewesen. Habe ich jetzt alles, was ich mitnehmen wollte? Ne, warte, wir wollten ja eigentlich zu Bob Cobble. Ja. Och, komm. Okay, ich relogge nochmal eben, Leute. Es backt gerade wieder. Uno Momento. So, das ist immer so das Problem mit dem blöden Animagus. Aber, naja. Das ist Meckern auf hohem Niveau, weil ohne den würden wir immer noch voll ewig brauchen, immer hin und her zu laufen. Was für manche von euch ja gar nicht so schlimm wäre, wie ich schon öfter gehört habe. Aber ich sag mal so, wenn wir immer alles ablaufen würden, dann würden wir wahrscheinlich für das gesamte Projekt mindestens ein Drittel länger brauchen. Also, würde ich jetzt mal schätzen. Wenn man alles, also, wenn man die ganze Zeit zusammenzählen würde, die ich dann nur mit dem Laufen verbringen würde, wären das bestimmt, wären das bestimmt drei Staffeln, wo ich nur laufen würde. So, grob überschlagen, würde ich jetzt mal denken. So, Zeitumkehrer, auch mal kurz ins Hauptinventar. So, einmal Zeitumkehrer, Ahoi. Ahoi. So, optimal. Und dann, ja, geht's jetzt nämlich darum, dass wir, ja gut, unser Inventar ist jetzt echt krass zugemüllt. Da müssen wir nochmal eben kurz gucken, wie wir da, ja, wobei ich brauche ja jetzt nicht so mega viele Steine von dem mitnehmen, den ich mir da aussuche. So, hier haben wir nämlich blaue Wolle. Finde ich jetzt, wie gesagt, nicht so schön. Ich zeige euch mal eben den Lapislazuli-Stein. Das wäre nämlich der hier. Und ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht. Also, dieses Muster, es sieht so orientalisch aus. Und, also, ja, also ich nehme ihn, ich nehme ihn einfach mal mit. Einfach nur, um ihn mitgenommen zu haben. Aber ich weiß noch nicht, ob ich den auch final nutzen würde. Ja, achso, und dann gibt's noch, genau, wir können nochmal eben unten zur Deko-Bench. Da gibt's nämlich noch so blaues Glas. Hier nämlich, dieses hier. Blau getöntes Glas, genau. Wobei, ja, Deko-Craft-Artikel sind ja nicht so beliebt, aber, ne, guck mal. Ist eigentlich, ist eigentlich ganz schön. Also, ich nehme den auch mal mit, Leute. Einfach nur, um das mal zu probieren. Vor allem ist das so ein richtig dunkles, äh, Rotwoll. Ja, genau. Moin, Daniel. Ja, das ist Rot, Leute. Ne, wisst ihr Bescheid. Äh, gut. Aber sonst, also klar, es gibt noch Alternativen, aber, ähm, so Ton zum Beispiel. Aber ich glaube, den kann ich jetzt hier gerade nicht ausprobieren, weil, weil, weil ich glaube, ich habe keinen Ton. Ton, Ton, Ton. Och, die Ordnung. Äh, die ist gut. Die Ordnung ist toll. Aber zu viel Ordnung ist auch für mich etwas schwierig. Äh, warte, ich guck mal eben. Ton, Ton, Ton. Ton, äh, da haben wir Ton. So, genau. Also, wir haben hier die, ja, müssen wir dann den nehmen. Ich sollte mal ein bisschen mein Inventar leerräumen. Wartet mal. Ähm, ich setz mal eben die Krone auf. Ja, gut, dann haben wir einen Platz wieder. So. Genau, und dann nehmen wir uns nochmal eben hier Farbstoff. Das kann irgendein Farbstoff sein. Wir müssen ja nun mal eben probieren. Ja, hellblau nehme ich mal eben. So, die Erde kommt weg. So, und dann testen wir das jetzt mal. Also, so. Ne, so nicht, Daniel. Müssen wir das dann so rummachen? Ne, auch nicht, Daniel. Äh, warte, dann habe ich nur eine Idee. Ansonsten gucke ich gleich bei Not Enough Items. So rum. Okay, auch nicht, Daniel. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, einmal Not Enough Items. So, ne, man muss sich halt nur zu helfen wissen. So, blaue Wolle ist das. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen den blauen Ton. Wir hätten eigentlich direkt hier gucken können. Meine Güte, Daniel, ey. Einmal mit Profis. Ja. Hier sieht man schon eine relativ große Anzahl an verschiedenen Blöcken, die man da nutzen könnte. Platzhalterblöcke. Ne, die will ich nicht. Warte mal. Ton. T-O-N. So. Enter. Und dann haben wir hier hellblau. Blau gefärbter Ton. Ah, wir müssen den Ton erst brennen. Ah. Ja, gut. Ja, easy. Das kriegen wir doch hin, glaube ich. Oder? Ja, hoffe ich mal. Und dann kann ich auch den Farbstoff hier wegräumen, weil dann nehmen wir einfach Lapis Lazuli dafür. Easy. Alles klar. Dann müssen wir jetzt nur noch... Ach, da sind ja Ofensysteme. Wenn ich weiß, wie die Funktion... Ne, warte. Ist das überhaupt kein Ofensystem? Ist das ein Sortiersystem? Wait. Äh, okay. Wir müssen nochmal eben zur LBH-Base, Leute. Aber kein Problem. Ach, warte. Und ich mach not enough Items aus. Das regt mich wieder auf. So. Ja. Hoffentlich kriegen wir das jetzt alles noch heute hin. Weil, wie gesagt, ich hab noch einige Aufgaben, die ich heute ausprobieren wollen würde. Und ich mach 10 Kreuze. Wenn wir das heute mit der Decke schaffen. Weil ich mir das unbedingt eben heute angucken will. Und, ja. Eigentlich wollte ich auch noch den Kronleuchter anfangen. Wir müssen noch die Barrikaden, also die Absperrungen an den Seiten machen. Wir müssen die Fenster machen. Wir müssen die Einrichtung machen. Ich hab so viel, Leute. Also, das ist echt... Kein Problem. Da haben wir definitiv noch genug vor uns. So. Dann einmal jetzt aufgeteilt. Hier Ton rein. Und hier Ton rein. Sehr schön. Dann brennt das jetzt hoffentlich in die richtige... Warte, wir gucken mal eben... Lieber mal kurz vorbei. Ja. Ja. Flutscht das jetzt hier rein? Hallo? Äh. Ja. Gebrannter Ton. Sehr schön. Okay, gut. Dann ist das schon mal am Einschmelzen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eben zurück. Hallo. Nicht auf Hermine sitzen, Adam. Nein. Böser Adam. Ja. Schön schmollen. Das ist auch richtig. Weil auf Hermine sitzt nur ich. Aber du kannst dich gerne auf Ron setzen. Das ist kein Problem. Hier, guck. So kannst du auf dem rumspringen. Das ist okay. Guck. Willst du mal auf Ron rumspringen? Ja. Das machst du toll. Sehr schön. Sehr schön. Oh Mann, sind die alle süß. Oh Mann. Okay, Leute. Jetzt wieder krasser Cuteness-Anfall. Aber, ja, da habe ich mich nicht zu sehr ablenken lassen. Denn die Aufgabe ruft. Beziehungsweise die Arbeit ruft. Wie auch immer eine Aufgabe oder eine Arbeit rufen kann. Ich frage mich ja, wie die rufen würde so. Ey, Daniel, komm jetzt arbeiten. Oder wie? Oh, die haben das jetzt so. Oh, das sieht auch geil. Alter Mädels. Was macht ihr denn hier? Das ist ja mega geil. Das ist nice. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Oh Mann. Okay. Ja, gut. Wir sind alle auf einem guten Weg. Das freut mich. Jetzt geht es aber nochmal kurz um eine andere Sache. Ähm, B, C. Sehr sogar. Da muss ich direkt schon mal Feedback da lassen. Genau. So. Äh, so. Dann nehmen wir uns jetzt nochmal eben hier den Schlüssel. Ich will nochmal eben gucken, was man hier draus machen kann. Aber ich glaube... Ja, die Eisengitter, gemeißelte Eisenplattenzaun-Dingsbums. Okay, wie sieht der denn aus? Äh, äh, ja, ehrlich, Kniesel. Ehrlich, ich lüge nicht. Hä, 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 oh Mann. So, warte mal. Ich muss mal eben gucken, welchen... Warte, ich mach mal hier verschiedene Varianten hin. Dann lass ich mal die beiden entscheiden. Erst mal. So, äh, einmal rein. Und dann, wen würde ich davon noch erwählen? Erwählen? Äh, was? Was labere ich hier schon wieder? Äh, die vielleicht noch. Aber wir können auch mit blauem Glas mal gucken. Das ist auch eine Idee. Naja, gut, das sieht aus wie so Maschendratzaun. Ne, das sieht hässlich aus. Ne, das ist nicht in Ordnung. Äh, ganz ehrlich, ich finde den eigentlich, glaube ich, am besten. Wir nehmen erstmal den und, ja, mit der Option natürlich, wie immer, Leute, genau. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Also, wenn ihr der Meinung seid, Daniel, das sieht hässlich aus, dann ist das okay. Und dann könnt ihr mir das sagen. Und dann werden wir es nochmal ändern. Easy. Genau. Und ich bin gerade am überlegen, ob wir diese Steine hier, ähm, auch nochmal durch Clearstone Hiveslabs umsetzen. Weil der Zaun ja darauf übergreift. Und ich glaube, dann wäre es eigentlich schöner. Aber, ja, gucken wir mal. Okay, können wir ja auch noch nachträglich machen. So, hier einmal rum. Damit die ganzen Schüler hier nicht einfach runterfallen und sich sonst was brechen. So, und dann einmal so und so. Perfekt. Alles klar. So, dann. Und das müssen wir jetzt natürlich auf jeder Etage einmal machen. Gut, hier haben wir schon. Oh, das hat irgendwie einen coolen Effekt, wenn man das so. Ja, doch, mir gefällt eigentlich dieses Gitter sehr gut. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mir gefällt es ganz gut. Jetzt müssen wir das nur noch hier eben machen. Hier ist es allerdings ein bisschen anders, weil, wie gesagt, hier haben wir jetzt noch die Säulen. Aber ich glaube, das könnte dadurch nur noch besser aussehen. Weil die Zäune dann jetzt hier quasi direkt darauf zugreifen. Äh, Moment. So. Das auch nochmal eben weg. So, und dann geht es hier rum, rum, rum. Wir können später vielleicht auch noch da die ein oder andere Fackel draufsetzen, fällt mir gerade ein, weil wir die ja gerade alle abbauen. Und damit ja eine Lichtquelle wegnehmen. Also, dass wir später hergehen und eine Fackel einfach hier oben drauf platzieren. Müssen wir nur gucken, wie sich der Zaun dann anstellt. Also, ob der sich dann irgendwie umsch... Also, ne? Also, ob der sich dann... Ob der anders aussieht. Meine Güte. Bin mir wieder am abstottern. So. Äh. Döp, 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 döp. Äh. Genau. So. Aber wir haben genug Zäune dabei. Kein Problem. Dann den nochmal umstecken. Und den dann direkt meinetwegen auch schon mal. So. Perfekt. Das nochmal eben weg. So. Und ja. Das war's, Leute. Damit haben wir auch diese Seite hier einmal bearbeitet. Ja. Das gefällt mir doch schon sehr, 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 sehr gut. Alles klar. Jetzt kommt die nächste Frage. Nämlich die, die jetzt eben noch offen ist. Bezüglich dieses Musters hier. Also, mit Lapis Lazuli würde ich echt ungerne arbeiten. Mit dem Ton, da kann man drüber reden. Äh. Und mit dem Glas natürlich auch. Ich glaube, wir machen's so. Ich werde das innere Kreuz mit Glas umsetzen. Also quasi das da. Ne. So. Aua, aua, aua. Ähm. Und das andere hier. Das mit, äh. Also, das hier quasi. Das werde ich mit blauem Ton umsetzen. Genau. Weil, ja. Das Glas ist relativ dunkel. Und der Ton ist etwas heller. Wodurch man dann wahrscheinlich auch nochmal so einen Kontrast schaffen kann. Ey, Moment mal. Ja, moin. Okay, wir können die nicht mit der Deko-Mod umsetzen. Oh, ist das kacke. Hä, man kann die nicht nebeneinander setzen? Was soll das denn? Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Warte mal. Ich muss mal eben kurz was überprüfen, Leute. Ne, man kann da keine drauf... Lol. Wieso kann man denn da keine drauf... Okay, das ist ja kacke. Ja, okay. Aber ich glaube, das Server-Team ist mir dankbar, wenn ich das lasse. Dann mach ich nochmal eben Wop-Cobble, Leute. Sonst dauert das so lange. So. Wop-Cobble. Dann einmal die Dinger wieder umtauschen. Die braucht kein Mensch. Äh. Achso, Moment. So. Zack. Und zack. So. Und dann brauchen wir jetzt stattdessen Glas. Ja. Und das Gute ist, man kann mit Lab... Das ist wirklich gut beim Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Man kann eben alles mit Labus-Lazuli umfärben. Und wir brauchen nicht extra nochmal irgendwie so einen Farbstoff, äh, Farben oder... Oder so. Weil wir haben echt mega vier Lapis. So. Glas, 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 Glas. Haben wir überhaupt irgendwo Glas? Ah ja, da. So. Da haben wir sogar noch ganz... Ah, nice. Okay, cool. Hier haben wir sogar noch blaues Glas. Alles klar. So. Und dann nehmen wir uns einmal das Glas. Und... Ja, nee, warte. Wir müssen erst das Lapis umschüsseln. Ich glaube, das geht mit den Blöcken nicht. So. Genau. Und dann einmal so. Äh. Ja, jetzt ist wieder... Das ist wieder die Frage. Aber ich glaube, hier muss man einfach nur... Äh. Okay. Oder wir müssen es andersrum machen. Einmal so rum. Ah ja, genau. Okay. Ja. So. Äh. Ach so, warte. Nee, komm. Dann machen wir direkt alle daraus. Ich brauche zwar nicht ganz so mega viel, aber... Lieber haben als brauchen. So. Ich lasse das kurz liegen, Leute. Ich werde das später einsammeln. Jetzt nochmal eben zu... Home Raven. So. Perfekt. Und dann einmal nach oben. Äh, Eldi. Ach, da bist du. So. Und jetzt muss es funktionieren. So. Einmal das Glas. Und dann einmal zack, 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 zack. Und... Ja gut. Da könnte man jetzt wieder einen anderen Block reinballern. Vielleicht wirklich einen Lapis-Block. Ja. Warte mal. Ja. Das... 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 Das kann man machen. Das finde ich schön. Das hat eigentlich was. So. Und jetzt gehen wir nochmal eben zu... Ähm... War Hogwarts. Denn... Ich habe ja in meiner Base noch den gebrannten Ton. Den werden wir jetzt natürlich auch nochmal eben umsetzen. Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht noch eben fertig kriegen. Zeit umkehren nochmal eben. Ahoy. So. Tö. So. Und... Äh... Oh. Es brennt noch ein bisschen. Aber das sollte... Ja. Komm. Doch. Das reicht. Äh. Ich packe mal... Äh. So. Die Erde mal kurz. Perfekt. Alles klar. Und dann 25 und 24. Ja. Das reicht. Gut. Dann brauchen wir jetzt noch dieses Lapis-Zeug hier. So. Alles klar. Und dann müssen wir dieses Zeug mit dem Lapis verbinden. Oder so. Hä? Warte mal. War das jetzt so? Ich mache den gleichen Fehler einfach zweimal hintereinander. Ist das normal? Ne, ne? Das kann man schon als bisschen gestört wahrnehmen. Ha. Aber egal. Ich habe es hingekriegt. Gut. Äh. 48 gefärbte Tonblöcke haben wir jetzt. Dann nochmal Home Raven. Und dann setzen wir jetzt die letzten Steine rein. Aber wisst ihr was? Das mache ich nicht vom Animagus aus. Da bin ich ein bisschen zu faul für. Wir machen das. Indem wir mal uns ganz kurz da durchbuddeln. So. Muss ich mir mal gerade ganz kurz ein größeres Loch da reinballern. Weil ich sonst mit meinem Dickschädel da nicht durchkomme. So. Sehr schön. Ja, nice Leute. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, wie das am Ende aussieht. Und mir gefällt das auch mit den Tonblöcken hier deutlich besser. Ich mache euch mal eben ein paar Fackeln hier hin. So. Ja. So sieht man auch ein bisschen mehr. So sehe ich auch ein bisschen mehr. Alles klar. So. Gut. Ja, Leute. Dann bin ich mal sehr gespannt, was ihr so selber zu dem aktuellen Ravenclaw-Gemeinschaftsraum sagt. Falls ihr euch gerade dazu noch keine Meinung bilden könnt, wollt, wie auch immer. Ihr werdet gleich nochmal eine Mini-Zusammenfassung bekommen von all dem, was jetzt hier entstanden ist und wie das aussieht. Und ja, danach könnt ihr das, denke ich, schon ganz gut bewerten. Aber natürlich jederzeit gerne raushauen, wenn ihr irgendwo was nicht in Ordnung findet oder wenn ihr Verbesserungspotenzial seht. Weil wir wollen das ja möglichst perfekt machen und, genau, deswegen auch gerne, äh, ja, penibel agieren. Genau. So. Dann einmal das hier weg. So. Und dann nochmal eben hier und zack. So. Wunderbar, Leute. Damit haben wir hier die Decke auch soweit fertig gezogen. Dann nochmal Home Raven, damit wir nach unten kommen. Und jetzt ein langsamer Blick nach oben. Ui. Leute, ich finde das mega, mega schön. Also ich, mir gefällt es sehr. Euch auch? Ja, also mir gefällt das richtig, richtig gut. Ähm. Ja, jetzt ist die Frage. Ja gut, zeitlich wird das zu eng. Ach, Manu. Okay. Oder will ich das doch noch... Ach, kommt, Leute. Ich versuche ein bisschen noch was. Ich habe nämlich noch eine Sache. Also ihr merkt schon, ich habe richtig Bock gerade. Das... Oh, falscher Stein. Ähm. Das ist auch auf jeden Fall so. Das ist momentan mega motivierend. Wenn man hier einigermaßen gut vorwärtskommt, dann gehen die anderen Aufgaben wie am Schnürchen. Und vor allem jetzt gerade bin ich extrem viel am selber improvisieren. Das freut mich selber auch, dass ich da gerade, ja, sehr viele eigene Ideen auch noch mit einbringe. So, jetzt geht es nämlich hier mit einem Zaun runter. Da führt jetzt nämlich ein riesiger Kristallkronleuchter runter. Äh. Das waren alle Zäune. Oh, warte. Ich mache mir noch mal eben ein paar mehr. Sekunde. So. Tjuu. So. Was? Das gibt nur zwei? Äh. Okay. Ich glaube, ich werde mir noch mal eben ein paar Zäune holen gehen. Ich will das irgendwie noch in der Folge probieren. Das macht gerade zu viel Spaß. Eindeutig. So. Ähm. Ich frage mal mein Bautim. BC. Wie findet ihr die Decke? Fragezeichen. Lachender Smiley. So. Fragen wir sie doch einfach mal. Dann haben wir schon mal die erste Meinung. Also ich muss sagen, das ist schon echt. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Knieselchen. Scheint es auch zu gefallen. Ja. Das freut mich sehr. Oh Mann. Ja. Mir gefällt das auch sehr, sehr gut. Und Malu. Was sagt Malu? Ist immer in ihr Haus. Sie ist eine Ravenclaw. Sie muss jetzt quasi ihren eigenen Gemeinschaftsraum bewerten. Ist wahrscheinlich voll schön. Oh mein Gott. Oh. Dankeschön. Danke Kniesel. Oha. Ich finde es mega. Dankeschön euch beiden. Das ist sehr lieb von euch. Dankeschön. Okay. 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 Ich gehe jetzt noch ein einziges Mal zu. Upsala. Zu. Äh. Moment. Wop. Kobbel. Auf die Gefahr hin, dass die Folge dann ein bisschen länger geht. Aber da seid ihr mir eh nicht böse. Das weiß ich. Ähm. Aber ich will das jetzt nochmal eben gerade ganz, ganz, ganz kurz. Ganz, 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 ganz kurz mit dem Dingensbums ausprobieren. Genau. Mit den Dingensbums, Leute. Ich kann reden. So. Acht Glowstones brauche ich. Ich brauche noch Glasscheiben. Da habe ich ja noch genug. Genau. Und wie gesagt noch Zäune. Ähm. So. Ja, da, ja. Gibt es ja nur eine Textur. Home Raven. So. Könnte einer der schönsten Räume für mich werden. Oh, das freut mich. Och man, Leute. Ihr seid Zucker. Danke schön. Och man, freut mich voll, dass es denen schon gefällt. Bin gespannt, ob das auch auf, äh, also ob das bei euch genauso ist. Ob euch das auch gefällt. So, ähm. Jetzt machen wir hier den Kronleuchter dran. So. Genau. Und, äh, ja. Den Glowstone schisseln wir um. Der ist mir nämlich von der Textur auch zu wild. Für den Kronleuchter. Moment. So. Und zwar machen wir uns den hier da draus. Den ganz, ganz, natürlich glatten. Äh. Habe ich die gesetzt, oder? Ich glaube, es backt, oder? Ja. Ah, ja. Okay. Jetzt geht's. So. So, wunderbar. Und jetzt muss, glaube ich, äh, noch ein Zaun unten dran. Ich glaube, der muss noch ein bisschen in die Länge gezogen werden. So. Und. Oder? Ja, wobei, nee, 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 nee. Doch nicht. Glaube ich doch. Nee, 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 nee. Moment. Den müssen wir nochmal eben wegnehmen. Und dann nochmal eben die Axt ins Inventar. Das geht ein bisschen schneller. So. Und dann nochmal ein Glowstone dahin. So. Und jetzt geht's nämlich daran, wir brauchen jetzt nämlich blaue Glasscheiben. So. Genau. Kriegen wir zum Glück einige. Oh ja, da kriegen wir genug raus. Sehr schön. Okay. So. Und jetzt kommt nämlich das, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Das wollte ich eben nochmal in der Folge testen. Hätte mich jetzt nicht locker gelassen. Ähm. So. 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 Und so. Das ist nur die Frage. Ja, genau. Jetzt gehen wir quasi damit einmal so rum. Genau. Und dann quasi... Nee, warte mal. Hä? Ich weiß nicht, ob ich das gerade gut mache. Äh. Irgendwie bin ich noch nicht so ganz der Auffassung. Und die beiden schreiben da gerade was. Und ich glaube nicht... Ist das für mich oder... Ich weiß es gerade nicht. Ich bin überfordert gerade. Äh. Äh. Okay. Okay. Irgendwie stört mich das doch noch ein bisschen. Irgendwas mache ich da nicht ganz richtig, Leute. Also hier muss ich nochmal gucken. Da werde ich das Ganze nochmal überarbeiten. Aber ich finde es trotzdem ganz schön, das schon mal angedeutet zu haben, wenigstens. So. Ja, genau. Ich lasse das jetzt erstmal so weit, Leute. Also der Kronleuchter ist nicht final. Definitiv nicht. Aber, ähm. Ja, werde ich nochmal Hand anlegen. Und da wird nochmal auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Aber ja. Nochmal jetzt zum heutigen... Oder zum Fortschritt dieser Woche. Wir haben in dieser Woche, ähm... Hier die Wand dicker gebaut. Damit wir hier mehr Wandprofil reinbauen können. Wir haben die Treppe angefangen. Die zu den jungen Schlafsälen nach unten führt. Wir haben hier die Sicherheitsbarrikade auf beiden Etagen gezogen. Damit die Schüler hier nicht einfach so runterfallen. Wir haben die Decke fertig gebaut. Zumindest einigermaßen. Den Kronleuchter angefangen. Wobei der noch, äh, verfeinert wird. Wir, beziehungsweise das Bautin, hat sich hier um die neue Treppe gekümmert. Die jetzt ersetzt ist. Und einen noch schöneren Zugang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum bietet. Und ja. Das ist doch, denke ich, heute eine sehr tolle... Ja. Ein sehr tolles Endergebnis dieser Woche. Wenn es euch auch gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst uns gerne Feedback in den Kommentaren da. Und wir sehen uns wieder. Morgen direkt zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts. Dann natürlich geht's weiter mit dem Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich hoffe ihr auch. Und bis dahin, Leute. Habt einen schönen Tag. Genießt ihn. Und bis morgen. Tschau zusammen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.